Hallo meine Lieben, mein Name ist Janino Reisner. Ich bin Arzt im Bereich Ästhetische Medizin bei M1 Made Beauty und bin seit fast fünf Jahren auch schon dabei. Und wie in jedem Jahr ist im Juni unser Pride Month. Der Juni steht dafür, dass wir der Welt quasi zeigen können, dass wir auch ganz normale Menschen sind und einfach dazugehören, wie jeder auch. Hallo, ich bin der Tim, 27 und beruflich auch in der Beautybranche tätig. Generell stehe ich ästhetischen Eingriffen sehr offen gegenüber, da ich denke, es ist eine gute Möglichkeit, um das Beste aus sich herauszuholen. Sind wir dann eigentlich offen bei der M1, wenn es um solche Themen wie zum Beispiel Pride oder Toleranz oder Diversität natürlich geht? Die Antwort ist ja, na klar. Wir wollen unseren Patienten den größtmöglichen Komfort bieten und dazu zählt natürlich auch, dass wir jeden hier bei uns willkommen heißen und Vorurteile haben, bei uns so gar keinen Spielraum. Von daher, jeder kann zu uns kommen. Meine bisherigen Behandlungen waren zum einen die Unterspritzung des Kinds, um das Gesicht optisch ein bisschen markanter erscheinen zu lassen und zum anderen Injektionen von Botox in Stirn und Zornesfalte, da ich von Natur aus eine sehr starke Mimik habe. Da wollte ich einfach ein bisschen der Verhaltenbildung voraus sein. Gibt es irgendwelche Unterschiede zwischen einem schwulen Mann und einem heterosexuellen Mann oder einer lesbischen Frau und einer heterosexuellen Frau? Oder was ist der Unterschied zwischen einem transsexuellen Patient und einem non-binary-Patient? Wir beide haben eins, wir sind nicht da, um irgendjemanden in eine Schublade zu packen oder irgendeine Identität zu klären, sondern wir sind da, um eure Wünsche zu erfüllen. Ihr kommt zu uns, vertraut uns vielleicht euren Ängsten und vor allem auch die Wünsche an und wir sind eure Ärzte, um diese umzusetzen. Da ist es dabei völlig egal, wozu ihr euch zählt. Wichtig für uns ist, dass ihr euch wohl aufgehoben fühlt und wir euch letztendlich glücklich machen können. Gut, meine letzte Behandlung ist jetzt schon etwas her und ich würde gerne das Ganze wieder etwas auffrischen lassen. Für mich persönlich geht es darum, dass wenn ein Patient zu mir kommt, er oder sie sich sehr, sehr wohl fühlt. Wir alle genau zuhören, was dieser Patient dann möchte und wie wir diese Wünsche genau umsetzen. Und es ist ganz, ganz wichtig dabei, dass der Patient sich nicht schämt oder es ihm unangenehm ist, sondern ein gutes Gefühl hat, dass er zu uns kommen kann. Generell fühle ich mich bei M1 immer gut aufgehoben, da ich auch das Gefühl habe, dass jeder als Mensch akzeptiert wird. Für mich ist Bright Month eine schöne Möglichkeit, um die Vielfalt unter den Menschen zum Ausdruck zu bringen. Toleranz ist ein ganz, ganz großer Punkt. Wir sind wie eine große Familie zusammen und ich persönlich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass jeder akzeptiert werden sollte, sich jeder freiführen sollte und genau dafür steht der Monat Juni, der Bright Month, damit jeder sieht, dass wir einfach alle zusammengehören. Ghoulanna Werner Werner